Servus liebe Trader, heute möchte ich euch in einem kurzen Video einen Überblick zur neuen Benutzeroberfläche am Trading Desk geben. Auf desk.traderfox.com gibt es jetzt eine noch bessere Übersicht, einfachere Bedienbarkeit und da gibt es einige Neuerungen, die hier versteckt sind, die ich euch jetzt aufzeigen möchte. Wie gewohnt gibt es hier mal zunächst eine Übersicht zu den wichtigsten Indizes. Wir haben den DAX, Dow Jones, die Tech-Werte sowie auch Gold und Euro zu Dollar. Hier könnt ihr zum Beispiel einfach draufklicken, dann geht sofort der DAX auf und ihr habt einen Überblick dazu. Neu ist auch direkt hier der Broker Login, wo noch einmal mit jeweiligen Symbolen zu Comdirect und Finanzen Net Zero die Anbindungsmöglichkeiten direkt aufgezeigt werden. Broker Login, einfach mal draufklicken, was sind die Vorteile. Ihr könnt hier direkt auf dieser Benutzeroberfläche handeln und das eben auch bei Aktien, ETFs und Derivaten gratis, dauerhaft. Da könnt ihr euch das nochmal durchlesen, eure Accounts verknüpfen und das Schritt für Schritt durchführen. Sehr praktisch finde ich auch, dass die letzten News immer sofort eingeblendet werden. Ihr habt hier das Zeitungssymbol oben rechts hinterlegt, dann geht das News Terminal auf und ihr könnt hier die letzten Nachrichten, die die Märkte und Einzelwerte bewegen, sofort durchklicken. Durchklicken. Darunter befindet sich direkt gleich mit dem Glockensymbol auch der Alerts Manager. Welcher Alarm wurde zuletzt ausgelöst, zu welcher Uhrzeit, also Kursalarme, die ihr ja auch im Chart und in Kurslisten platzieren könnt. Und wenn ihr hier draufklickt, habt ihr einerseits die Übersicht, welche Alarme sind denn überhaupt zuletzt getriggert worden und wo habe ich noch Alarme bei Kurslisten platziert. Ich kann das hier sofort mit dem Reiter An- und Ausstellen, Einzelaktien, die Alarme bearbeiten, löschen, verändern und so weiter. Eine weitere wichtige Neuerung ist hier das Bullensymbol. Wenn das Menü hier bei euch nicht aufscheint, einfach auf die drei Balken klicken, dann klappt es aus. Unter dem Wingman, den man ja kennt als künstliche Intelligenz, der in Echtzeit bestimmte Handelssignale herausfiltern kann, wie Aktien, die auf neue Hochs ausbrechen etc. gibt es jetzt darunter eben diesen Bullen und das ist die direkte Anbindung an den Trading Room. Wenn ihr das Live Research Abo habt, dann ist es jetzt sehr praktisch. Ihr könnt direkt hier bei eurem täglichen Screening am Trading Desk mitlesen, was gerade an den Märkten passiert. Unser Head of Trading, Jörg Mayer, ist ja hier den ganzen Tag die Handelszeiten hinweg aktiv, durchleuchtet die deutschen, europäischen und US-amerikanischen Märkte. Und wenn es irgendwo Analystenkommentare, bedeutende Aufträge oder Quartalszahlen gibt, wird euch das sofort angezeigt. Neue Trading Chancen habt ihr dann hier immer sofort im Blick, wie hier zum Beispiel bei einer Schaeffler zuletzt. Aktuelle Markteinschätzungen gibt es ja auch regelmäßig. Da seid ihr immer up to date und müsst eben diese Benutzeroberfläche überhaupt nicht mehr verlassen. Neu eingeführt wurde hier auch die Spalte Screener oben im Menü. Hier gibt es vorgefertigte Screening Templates, um nach bestimmten Aktien zu suchen. Ihr könnt hier auch vom Aktien Screener und Aktien Rankings, das sind ja auch unsere führenden Screener Tools, wo nach technischen und fundamentalen Kriterien nach Aktien gesucht werden kann. Hier gibt es einerseits auch die Lupe und den Pokal und das sind eben diese Symbole, wo ihr direkt diese Templates auch hier wieder hineinladen könnt. Ich mache das einfach mal auf, klicke hier auf die Lupe, dann komme ich zum TraderFox Screener. Ihr habt hier nochmal eine Beschreibung dazu und wenn ich jetzt zum Beispiel Aktien finden will, die in den letzten 10 Tagen ein Aufwärtsgap generiert haben, dann brauche ich hier nur auf die jeweilige Kursliste, also auf das Aktienuniversum draufklicken und es geht sofort ein Screening auf. Es wird hier kurz nur berechnet, je nachdem welches Template ihr ladet, kann hier die Berechnungszeit auch variieren und wenn ihr dann wieder zum Menü zurück wollt, einfach hier oben links draufklicken, dann seid ihr wieder in der Ansicht und könnt zum Beispiel auch Aktien mit 9,52 Wochen hoch suchen, die jetzt unter erhöhter Performance nach oben laufen. Ihr könnt aber wie gesagt auch die eigenen Templates direkt reinladen, also hier vom Aktien Screener, einfach hier über das Dropdown Feld, ich habe da schon Anleitungsvideos dazu gemacht, wie ihr ein solches Template erstellen könnt, dann scheint das hier auch beim Dropdown Feld sofort auf. Ihr könnt das dann hier einfach auch auswählen, Wachstum hoch heute zum Beispiel habe ich da mal gehabt, so damit es jetzt auch aufgeht, muss ich hier jetzt nochmal kurz eine Liste, also ein Template laden, dort kann ich es jetzt dann nochmal beim Dropdown Feld auswählen, so Wachstum hoch heute, jetzt lädt es auch das eigene Template rein und ihr seid dann auch hier immer aktuell informiert. Hier gibt es jetzt noch keine Treffermenge, weil der US-Markt jetzt gerade noch geschlossen hat. Das gleiche Prinzip ist auch anwendbar für Aktien Rankings, das ist ja Teil des Morningstar Datenpakets, also variiert hier ein wenig von den Screening Möglichkeiten zum Aktien Screener, aber hier genau dieselbe Übersicht, eigene Rankings und vorgefertigte Rankings könnt ihr reinladen und eben die vorgefertigten Screening Methoden nutzen. Das hilft euch einfach die aktuell spannendsten Aktien am Markt zu finden, je nachdem welche Marktverfassung wir jetzt auch gerade haben, ob wir sehr bullisch unterwegs sind oder nicht und einfach die täglichen Suchprozesse zu beschleunigen. Was ist sonst noch schnell zu öffnen? Ihr habt hier rechts auch nochmal im Menü sofort die Kommunikationsplattform, wo ihr Gruppen finden könnt, beitreten und euch austauschen. Wir haben hier den Schnellzugriff auf den Kalender zum Beispiel, hier gibt es auch nochmal mit der Glocke den Alerts Manager. Vielleicht noch erwähnenswert, hier diese Spalte, das bezieht sich auf die eigene Watchlist, die für jeden Account im Vorhinein sofort angelegt wird und sich auch mit den TraderFox Apps verbindet. Also wenn ihr da Aktien drauflegt, habt ihr sie auch sofort auf der App im Blick, wenn ihr sie heruntergeladen habt. Und da könnt ihr zum Beispiel einfach von Kurslisten über die Drag & Drop Methode, zum Beispiel die Aktie der Allianz mit gedrückter linker Maustaste hier in dieses Feld hineinziehen und sofort ist sie hier auch abgelegt. Wenn ihr die Watchlist öffnen wollt, einfach draufklicken, sonst wie gesagt eben dieselbe Auswahl auch auf der App abrufbar. Eine weitere Neuerung sind sonst noch die Trading Chancen. Ich habe es gerade angesprochen, wir informieren euch über unsere Research Abteilung natürlich täglich über die aktuellen Entwicklungen am Markt, wo bieten sich jetzt Aktien für neue Long Manöver an und da gibt es jetzt hier die Spalte Trading Chancen. Einfach mal draufklicken, ihr habt hier sofort unter der Kategorie Aktien on Fire zum Beispiel tägliche Chart Tweets, gestern zum Beispiel spannende Nachrichten bei Walmart. Wir haben United Health mit einer Strong Buy Rating im Defense Bereich, eine Arrow Virenment, gerade sehr interessant. Also da tut sich einiges und wir passen hier einfach Nachrichten zusammen, die man jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt auch im Blick behalten sollte. Sonst ist die Oberfläche eigentlich sehr ähnlich und wie gewohnt nutzbar. Ihr habt hier zum Beispiel noch den Explorer, wo ihr Kurslisten, Indizes, Anlagetrends abrufen könnt. Ihr habt hier zum Beispiel auch nochmal die Spalte Listen, wo ihr eigene Listen erstellen könnt, bearbeiten. Wir haben die Kategorie im Rampenlicht, wo die 10 auffälligsten Trends wöchentlich aktualisiert auch hervorgehoben werden. Da gibt es vorgefertigte Kurslisten, wie zum Beispiel so den JetGPT Profiteuren. Und wenn ihr hier individuell den Desk verändern wollt, einfach hier unten nochmal von hell auf dunkel stellen zum Beispiel. Also ich mache das jetzt einfach hier mal, ihr könnt die dunkle Oberfläche auch nutzen. Unten rechts habt ihr die Autosave-Funktion, wenn ihr irgendwelche Felder verschiebt, Listen platziert, wird das automatisch berücksichtigt. Bei mir jetzt hier rot, deswegen nicht aktiviert. Ich kann hier manuell speichern, indem ich hier auf dieses Disketten-Symbol klicke. Und rechts daneben gibt es auch nochmal das Plus, wo ihr zum Beispiel einen eigenen leeren Desktop hinzufügen könnt und nach euren eigenen Wünschen gestalten könnt. Ein Menü ist noch versteckt, nämlich hier unten links. Da gibt es nochmal die Schaltfläche auch zu vorgefertigten Trading Desks, wie zum Beispiel nach William O'Neill oder Nicolas Davos. Also besonders interessant, wenn ihr Aktien, Wachstumsaktien handeln wollt, dann könnt ihr auch eigene Trading Desks nochmal erstellen. Das findet ihr hier und sonst wie immer der Hinweis, wenn ihr euch zu irgendeinem Screener-Tool, zu irgendeinem Angebot von TraderFox verlinken lassen wollt, einfach hier oben links mit dem Cursor über das TraderFox-Logo drüber gehen und dann gibt es hier die Auswahl nochmal in der Übersicht. Ihr seht also, die überarbeitete Version des Trading Desks hat hier entsprechende Vorteile, die man auch sehr gut für die tägliche Screening-Routine nutzen kann. Schaut euch das Ganze einfach mal an, mit dem Börsenabo habt ihr Zugriff zu den meisten Funktionen, die ihr hier findet. In diesem Sinne, viel Spaß beim Screenen und wie immer viel Erfolg mit euren Trades.